Was hat er gesagt? Nein, nein, ich wollte sagen... Ich meine, nicht nur, was der Rebbe bringt wegen... ...wegen... ...Jachat Hure Miranayini, das ist der nächste Pussig. Ich meine... Ich sage nicht... Ja, es ist im Hauchhof. Aber das darf ein Bier, ...verwust nach all die Kaches, nach all die Kaches, ...auf dem Pussig, ...wege sie nicht in dem... ...aber einfach wegen den Teckinen. Nein, ich meine, wegen der Schuss, ...wege das Schuss, ...wege das Schuss, ...wege das Schuss, ...wege das Schuss. Ja, ich sage also, ...en Sadi, ...Goh, ...zaukt, ...es der All-Storm der Anzeige, ...soy. Aber es ist interessant. Weil dieses Zehr geht mit dem... ...Uz der Rebbe gesagt, ...eine Zerang jetzt treten in Schiel, ...az... ...mehaut nicht, ...erfale ifene Melech. Auf meinem Beheirat. Du warst in der Pussig, ...wasst du aufgen... ...mit das Schuss, ...mit das Schuss, Ich weiß nicht, dass er die Pusse für den Jura von Gavriel war, ich hatte auch bei dem Kasskab mit Masparoi. Nein, da war die Gimura. Da war ein Räum, das ist gut gemacht, der Migdos. Der Rebbe hat doch durch den Tinknermasch gemacht, in der wilde Uppiten, der Migdos. Der Rebbe sagt, dass man sich auch in der Schuhe von der Prutti so bekannt ist. Also, der Rebbe hat doch auch ein Räum, aber er bringt die Pusse, also kann man sich auch in der Pruttiin mit den... Weil der Korb mit Migdos hat doch damals geboten, in der Halle Luftharten, vielleicht steht da in Dortmund, in Italien, in Röin, in das ist geboten. Und... ... 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